Hallihallo, heute gibt es eine neue Wochendekoration und ich habe mir auch schon ein paar Sachen rausgelegt. Die Tage ist bei mir endlich das Mädchen-Washi-Tape von Aliexpress eingetrudelt und ich habe mir in meinem Stickeralbum da direkt mal zwei Seiten fertig gemacht. Und für die Deko jetzt habe ich mir rausgepickt einmal die junge Frau hier und einmal die hier unten. Und habe dann einfach geschaut, welche Washi-Tapes farblich so dazu passen und habe mich jetzt für die drei hier entschieden. Als hätte die tatsächlich werden, wird sie jetzt gleich so im Laufe der Deko rausstellen oder ob ich ein anderes nehme oder noch dazu füge. Da schauen wir mal nach. Und ich würde jetzt erstmal anfangen, das Washi-Tapes zu verteilen. Das Washi-Tapes zu verteilen, das Washi-Tapes zu verteilen, das Washi-Tapes zu verteilen. Das Washi-Tapes zu verteilen, das Washi-Tapes zu verteilen, das Washi-Tapes zu verteilen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020